Du kommst wohl nicht hier aus der Gegend. Ich, ähm, ich feile noch daran. Äh, wie heißen Sie eigentlich? Bohnen? Das ist ja mal schräg. Was soll ich sagen? Mein Daddy war ganz wild auf gebackene Bohnen. Ein Glück, dass er nicht wild auf Pflaumen war. Was soll denn das heißen? Also, ich stehe ja auf herzhaften Schimmelkäse. Aber ob man jetzt ein Kind so taufen würde? Mein Daddy war ein guter Mann. Auch wenn seine ungewöhnliche Passion für Hülsenbrüchte nicht unbedingt. Du! Du isst gerade seine Asche! Was sind seine Überreste? Nein, seine Asche. Er hat viel geraucht. Die Leiche haben Sie nie gefunden. Oh, danke. Er wird seine Gründe gehaucht haben. Zusammen mit unserem Gesang. Das Leben und die Frühseite geht dort. Eine große Legende ist zu veräubigen. Das hört super. Du, Mann, gib mir noch eine, bitte. Willkommen heute. Wir kommen heute zusammen, um mit unserem Gesang, das Leben und der frühseitige Tod eine große Legende zu veräubigen. Also entspannt euch. Lernt euch zurück. Genießt eure... Der Teig mich verschrappel, schrappel, schrappel, schrappel. Diät-Popcorn. Also entspannt euch. Lernt euch zurück. Genießt eure Diät-Popcorn oder Reiskonfekt. Er ist einer von den Stadtbewohnern, einer von denen, die immer im Saloon abhängen. Und er ist eine nicht sehr schöne Katze. So, das passt ja. Hey, hast du nicht zufällig die Jenkins-Brüder umgebracht? Vorsicht, du bist hinten mir ein bisschen zu leid. Oh, hey, hast du zufällig die Jenkins-Brüder umgebracht? Ja, das war. Perfekt. Das war. Ja. Ich habe wirklich die Arbeit gemacht. Ich denke, es war eine der most creativelye-füllende Erfahrungen, in einem Film-Film-Film-Film-Film-Film. Wir haben es in einem Spiel-Film-Film-Film-Film-Film. Wir waren alle zusammen und haben sich auf die anderen spielen, das war großartig. Es ist viel anders als in einer Soundbooth zu sagen, zu einem Schreien. Das war großartig. Wir haben es E-Motion Capture, weil wir alle die Einwohner in einem Ort haben, die die Dialoginne auszuladen. Es ist eine Art, die etwas zu verabschieden, zu etwas raw. Es gibt humor, es gibt action, es gibt Romance. Es ist eine Film, aber es ist eine sehr clevere Geschichte. Und Gore hat etwas, das zu den adults und zu den Kindern. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Es ist ein toller Film, geht da alle rein. Es ist fantastisch, wirklich. Ihr dürft alles machen, aber guckt da nicht runter. Also, passt auf. Ich gebe euch eine letzte Chance zum Umdenken. Du bist am Zug. Schon gut, keine Angst, ich habe einen Plan. Hilfe! Aufmachen! Okay, Plan B.